Hallo Ken, wie geht's? Danke, gut, wie geht's? Ich bin gut. So, was sehen wir heute? Ich habe keine Ahnung. Du wolltest, dass du Rasenstrahl gehst? Ja, ich finde den. Wo ist Rasenstrahl? Es ist nicht so weit weg. Über eineinhalb Stunden. Ich bin fertig. Und wenn ich abgob? Ich bin ein wenig dick, nicht mehr. Ich bin ein wenig dick. Ich bin ein wenig dick. Ich habe mich according an den H así. Lilly, wie geht's die. Bei dem. Cool. Ich hoffe, es gibt viele Marzen dort. Ich weiß, wo man tun, wenn die Delizio Tee sollen, sind dort. Nett. Du hast deine Kamera? Natürlich. Ich will viele Bilder von Autos und Mädchen nehmen. Das ist gut. Kannst du kapieren, Bilder von mir gibt's? Ja klar. Ich kann die morgen geben. Danke. Ich bin aufgeregt für Rasen. So, wie bist du? Let's Rasen. Sehr gut. Ich bin ganzer Rasen. Mensch, herzlich ein Glückwunsch an. Danke. Wie bist du letztes Rasen? Nicht so gut. Ich fährte bin letzt. Mensch, es tut mir leid. Es ist in Ordnung. Das ist mir egal. So, was für Autos fährst du gern? Ich fährre BMWs und Ferraris gern. Was für Autos fährst du gern? Ich fährre Lamborghinis und Porsches gern. Nett. Dann fährst du die Autos. So gestern, wer ist das denn da? Was? Ich habe keinen anderen Ruhm. Du sollst halst. Du sollst halst. Good dog, Appetir. Mhm. Wie geht's es Ihnen? Wir haben wir heute. Ich mag Autos. Sie sind eine Art auf Rasa Autofahrerin? Ja. Weißt du, warum ich so gut über du? Wir sind fast nichts. Richtig? Nein. Wir sind nur 25 MPH über die höchste Windigkeit fahren. Maschen kann 30 MPH über die höchste Windigkeit fahren. Wir sind Mädchen. Entschuldigung, was brauchst du? Wir sind über die höchste Windigkeit. Ihr Typ von Menschen. Nein, wir sind nicht. Ja, bist du. Nein. Ja. Nein. Ja. 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 Nein. Ja. Ja. Wir sollen Reiseautofahren. Wir sollen schnell fahren. Schnell, schnell, schnell. Ha ha ha. Ihr seid betrunken. Ihr seid betrunken. Aber Polizeioffizier, seid ihr, wir trinken nicht. Ich verspreche. Ausbekomm jetzt. Ausbekomm jetzt. Ha ha. Ha ha. Spaß, Uwe Deutsch und Spaß in einer geräten Linie. Er ist keine Polizier. Wie viel ist die Vorkarte? Verdammt, ich habe Geld nicht. Ich hoffe, es ist nicht teuer, weil meine Eltern werden mir toten. Sie ist keine Vorkarte. Ich bin Schreibin, ein Referat für die Wehrhafte. Bist du Schwerin? Ja, ihr seid betrunken und brägt die Hockeswendigkeit. Und können wir mehr flutschen. Mann, diese ist wettelig. Ah, Hände hoch. Hände hoch. Polizei, Polizei, Polizei. Lassen Sie uns blühen. Polizei. Was will ich nicht taisen? Ah. Ah. Sitzen. Hinsetzen, Herr. Ich habe viele Fragen für euch. Ich bin vorgelegend zu stehen. Sie können mich hinsetzen nicht machen. Ich habe recht, Mann. Cory macht, was er sagt. Wenn du nicht zusammenarbeiten, wird er du sitzen mit Gewalt machen. Nein. Ja. Okay. Jetzt, dass ich deine Aufmerksamkeit habe, möchte ich Sie ein paar fragen. Ich mag Schildkröten. Ist alles in Ordnung, Cory? Seit wann magst du Schildkröten? Ich verlänge. So weißen, was haben Sie gemacht? Ich mag Schildkröten. Genug mit deinem Quatsch, Sie. Erzählen Sie mir, warum Sie Ihren Treiben eines Rennenautos trügen? Ich weiß nicht. Vielleicht, weil ich finde es toll. Warum haben Sie als Uber gezogen, Offizier? Ich bin der Person, stelle die Fragen. Ja, ja, wir gingen zur Rennbahn. Alles gut? Ich mag Schildkröten. Ja, gut, ja, ja, gut. Lesen Sie mich, Sie sollten meinen üblen Unterschlupf zurücknehmen, mit Intonation zu exerieren. Die Polizei hat über den Unterschlupf von mir. Erstagen, wir kommen hier. Halt! Halt! Das ist verboten! Ich bin die Polisoffizier! Hey, Cory, was denkst du? Was war los mit jenem Idiot? Ich weiß nicht. Ich denke, dass er hat Krap und Rennen. Ja, natürlich, ich denke, dass du bist recht. Vorwärts zur Rennbahn. Ja!